Was ist das? Was ist das? Dann können wir weiter auf den Wagen fahren, dass die Zeit ist, wie sie sich verletzt haben. Piss, Peppa, das ist eine geile Sicht. Das ist ein Stand von mir, man wird schon ein Becker. Ja, dann können wir noch mal auf die Läfte machen. Soll ich mal stehen bleiben? Ja. Es kommt aber schnell auf uns zu. Ja, aber trotzdem ist es nicht so, es ist nicht so, es ist nicht so, es ist nicht so, es wird es auch so. Das war's für heute. Da muss ich ein bisschen auch ran kommen lassen. Schaut auf die Rotationen her. Das ist ein Monster. Das ist gut. 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 Das ist gut.